Musik Es war einmal in einem wunderschönen, einsamen Gebirgsort, in einem kleinen Örtchen namens Wildberge. Ziemlich verschlafen, touristisch noch nicht groß erschlossen. Ein paar kleine Häuschen und ein paar Skilifte. Dass du überhaupt nicht aufgefunden hast, du warst ja schon ewig nicht mehr da. Und meine Tochter ja auch schon nicht mehr. Meine Tochter ist mit meiner Frau praktisch die Frau mit ihrer Schwiegermutter. Damals in der Schwangerschaft sind die schon abgehauen. Ein Kind kann ja nicht auf einer Alm aufwachsen, weil da gibt es ja keinen Friseur nicht. Und jetzt kommen sie plötzlich alle daher. Weil jetzt wollen sie nicht den ganzen Berg da zubetonieren. Die Hütten da herum, die hat mein Ur-Ur-Ur und noch ein paar Mal Ur-Großvater, der Holzschnitzer Clemens. So um einer 1850, hat er die Hand geschnitzt. Schau dir mal die Arbeit an. So was darf er nicht abreißen, da passiert doch ein Unglück. So, ich geh nicht raus, ich bleib da. Und jetzt verschwind du, du saubreiß, du japanischer. Doch um seine Hütte kreisten schon die Geier. Wir werden mit unserem Swiss Snow System ihr Skigebett so weit fit machen, dass sie locker noch Skifahren können bis 2050. Ja, dann lohnt sich doch eine Investition von 200 Millionen Franken locker. Wir machen aus der guten alten Skischargel von Wildberg das WMWMR. Das Welt-Motten-Ressort. Dieser Name ist nicht nur sexy, sondern der kommt auch bei den Junior-Kreinen super gut an. Ihr Vater macht mir keinerlei dementen Eindruck. Ja, ich bin selber ganz überrascht. Aber glauben Sie mir, das ist alles nur gespielt. Daher oben, ich brauch da jemanden, der vielleicht zansen kann oder der möker kann oder... Obwohl, meidlu auf die Nacht, gell. Die soll ja schon brauchen, gell. Das ist alles an mir, gell. Ja. Was machst du, nehm ich? Ja, du, was machst du? Wo ist der Schnapserl oder Klebbussi? Ja, Frau Voll. Herr Gebhardt, wie macht Sie das? Äh... Das wird nicht entsetzt. Ja, äh... Also... Das weiß ich nicht, ob ich das nehm, weil ich nehm so viel... Aber Herr Gebhardt... Nehm ich das? Auf längeren Zeitraum, äh... Es ist pures Gift, das ist tödlich für Sie. Tödlich! Was ist diese Russenschlampe? Sie will meinen Vater vergiften! Jede Kabine ist natürlich voll klimatisiert. Das heisst im Sommer gekühlt und im Winter natürlich geheizt. Wobei das eigentlich gar nicht notwendig ist, ja. Weil wir haben aber in jeder Kabine ein Spaßes-Sahn-System. Ja, da fängt die Après-Ski-Party schon in der Kabine an, ja. Da könnt ihr euch den DJ Bobo in die Tastation stellen. Und der pumpt, der geht noch durch die Kabine. Ja, super lustig ist das, ne? Die Packung nehme ich mit. Und Sie haben ja einen sauberen Herrn Schwiegersohn. Frau Doktor, wir gehen. Gruber, bitte. Siehste, Schwiegersohn will Opa sterben, damit er kann erben. Also kann Opa doch nicht so ganz arm sein. Ja, mei, du kommst ja selber drunten, gell? Ja, und die Hütten... Das Grundstück ist halt viel wert, gell? Drei große Speicherteiche. Ein Speicherteich ist oben in diesem Almgebind. Und da haben wir noch ein kleines Problem, da sitzt so ein Armbögel drin. Der will einfach nicht raus. Aber da habe ich auch schon eine Lösung. Wir machen das wie am Restchensee mit dieser Kirche, ja. Das wird dann einfach geflutet. Ja, der Opa wird nur noch evakuiert, ist kein Problem. Ich bin heute hier, um Sie auf Ihre Belastbarkeit zu unterstellen. Ja, äh, 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 äh. Ja, 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 ja. Sonst fallst du wieder. Ja, ja, ja. Sonst fallst du wieder. Mir wird ich so warm, wenn ich, wenn ich die Frau Doktor da so hoch schauke. Ja, da mach ich mich mal frei, Frau Doktor. Dann können wir gleich loslegen. Ja, das reicht schon. Haha. Haha. Alpimic, unsere Schwesterfirma, hat natürlich zu diesem ganzen System eine Umweltunbedenklichkeitserklärung, äh, ja, eine Studie gemacht. Weil wir haben dann so einen kleinen chemischen Zusatz in diesem Schnee. Denn wir können Schnee machen bis 7 Grad plus. Hahaha. Das ist super, oder? So. Allerdings raten wir trotzdem noch von einer landwirtschaftlichen Nutzung die nächsten 50 Jahre ab. So lange die Studie noch läuft. Aus Sicherheitsgründen. Safety first. beim Überleben der Boden von einer Fernsehlayphone. Pädi, 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 Pädi. Pädi, 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 Pädi. Pädi, 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 Pädi. Untertitelung des ZDF, 2020